Achso, wollte ich jetzt alleine machen, oder was? Wo ist denn Baller Hissar? So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Amarook. Wir spielen heute die zweite Folge von Metal of Honor 2010. Und wir haben in der ersten Folge, sollten wir einen Tarik treffen. Der hat uns wohl irgendwie verraten und ist auf die andere Seite übergewechselt. Und dann standen wir hier und mussten gucken, wie wir klarkommen. Jetzt muss ich aber auch erstmal gucken. Wo? Ah ja, genau. Hier hatte ich jetzt auch das Rennen das letzte Mal entdeckt. Wie das bei mir eingestellt war. Hier oben war es genau, stimmt. Das hatten wir schon mal. Ja, ich bin das letzte Mal so ein bisschen... ...bisschen weiter gewesen schon. Der hat ein bisschen... ...bisschen woanders mich gespawnt. In Deckung. Raus auf dem Schutzfeld. Verstanden? Ja, wo seid ihr denn? Okay. Da hinten ist noch einer. Da ist er. Da hat er, der hat es ihn erwischt. Scheiße. Boah, was geht denn hier ab? Hallo? Hey, sind das Pferde? Das sind ja keine Leute. Eigentlich jedes Mal, wenn ich nachladen muss. Oh, ich habe keine Granaten mehr, okay. Ich bin eigentlich der Einzige, der hier noch ballert. Meine Kollegen, da drüben hocken sie. Wir machen nix. Was ist der Typ? Scheiße. Oh. 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 Komm hoch. Haben wir ihn jetzt endlich. Ja, gerade jetzt. Oh, klar. Scheiße, Alter. Was? 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 Wo? 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 Wo sind die? Was heißt denn der zurück? Was ist das? Was ist los? Wo, 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 wo? Rette Tarek? Ich denke, der ist übergesiedelt. Hallo, warum kann ich nicht laufen? Wo sind die alle hin? Muss ich wieder die Scheißtür aufmachen? Da sitzt er doch. Wenn er umgefallen ist, dann nicht freiwillig. Ich denke, ich soll den retten. Hallo? Vergabt, Mother! Nicht unter. Toll, was jetzt? Penta, hier, Mother. Wir sind in Position. Keine Spur von Tarek. Ich überhole. Kein Tarek. Mother, Sie haben Glück. Langley hat Predator-Bilder von Flüchtigen auf dem Weg nach Bala Hisar. Verstanden. Sind schon unterwegs. Verlehnt ihr keine Zeit. Was war das für ein Bug? Da ist da einer. Ach so, will ich jetzt alleine machen, oder was? Ent habt ihr. Was war das für ein Wellen? Lauf ist ein Baller Hisar. Oh... Oh, bulldoze. thời��. the whole 동안 was ... road ... die ... Ich bin nicht rausgekommen, so wie hier oben. Okay, Munition ist schon mal nicht schlecht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe jetzt nichts mehr angezeigt mit Pfeilen. Doch, hier. Haha. Okay. Gut, ich habe was gefunden, aber das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Da kann ich nichts drauf machen. Und warum gehen die anderen eigentlich nicht mit? Die sind doch jetzt bestimmt weg, oder? Achso. Die warten die ganze Zeit auf mich. Die Kerle mit Waffen und ein Gefangener. Verheilen wir uns, Jungs. Da. Auf geht's. Rabbids, ich bin zu der Rechte. Oh, die sprayt aber. Scheiße. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh, du Schande. Hier wird es jetzt wimmeln. Achtung. Penta, Mata. Wir sind am lieblichen Tor der Festung. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen Ihre Hilfe. Verstanden, wir markieren es. Den Rest erledigt Wildfire. Neh, Ihre Markierung, Penta. Gehen Sie von der Tür weg. Schuss abgegeben. Verstanden, Penta. Allemann in Deckung. Warten, wir haben nicht die Zeit auf dem Rennen in fünf Sekunden. Wir haben unterschiedliche Waffen. Drauf, drauf. Gehen wir. Luft, Luft, Luft. Ah, okay. Wir haben jetzt das Tor freigesprengt. Das war die Luftunterstützung. Oh. Kontakt, Kontakt. Scheiße. Hat die so eine Distanz? Getreffen. Down. Was hat er jetzt gesagt? Ich höre ihn nicht. Das bringt wahrscheinlich nichts, hier die MG der Blatt machen zu wollen. Ich habe nur noch sechs Schuss. Muss mal nachladen. Ich höre meine eigene, meine eigene Stimme nicht mehr gerannt. Was? Scheiße. Down. Ja, was heißt denn hier lang? Wo bist du denn? Wo soll ich denn hin? Wo bist du? Okay, wir sprinten drüber. Geschafft. Hat der Granate geschmissen? Wie ist der Status? Mother, kein freies Schussfeld auf das MG. Wir kommen. Roger, Mother, keine Spur von Tariq. Verstanden. Rücken vor und kommen auf dem Oberdeck raus. Knallt uns nicht ab. Roger, rücken vor, sobald das MG erledigt ist. Verstanden. Erst halten, Rabbit. Hier. Tango, schalten Sie ihn aus. Scheiße. Gerade jetzt, Mann. Was, 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 was? Ich habe den noch platt gemacht. Schöne Nahkampf. Wo, ja, wo? Das Gebäude, das Gebäude. Wer ist tot? Also irgendwie verstehe ich heute nichts. Wo seid ihr? Und wo soll ich hin? Wo sind die denn alle? Okay. Bin da, bin da. Ich meine, hier war nichts zum Ballern. Das war eine geile Wumme. Schade, jetzt habe ich leider keinen Schuss mehr. Er ist auch weg. Da war noch einer. Kann ich da drüber? Nee. Wo ist mein Kollege schon wieder? Scheiße, Schein, Tor rechts. Pimster, über der Garage. Topsi, kimm ich tief. Da war doch einer, oder? Down. Was? Komm, steh auf. Oder bist du down? Boah, wie he sprayt. Komm, komm hoch, komm hoch. Ja, das hast du zu spät gesagt. In dem Nahbladen. Der ist auch down. Einsatzziele reicht. Okay, wo ist Mother? Komm, mach die Tür auf, jetzt. Okay, ich stehe in ihm. Wo ist Preacher? Okay, wir müssen aufsüchtig hier rein. Eine Spur von Tarek? Negativ. Nur ein Haufen toter Arschlöcher. Gebäude ist gesichert. Geh entlang. Oh. Budo, die Tür. Wie viel Munition? Fünf Magazine, sieben Granaten. Kann losgehen. Okay, Tarek, könnt ihr überhalten? Wir schnappen ihn uns lebend und finden raus, was hier los ist. Ach, hier ist die Kiste. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, jetzt bin ich bereit. Okay, wir wollen nachher. Ich bin nicht behofft. da hinten sitzt noch einer hinter dem lkw oh ne granate rein von dem voodoo king kopf gedonnert down scheiße ich bin zu spät ok nächster versuch folge ist eigentlich schon quasi vorbei er ist das erste mal gestorben jetzt weiß ich auf jeden fall wo sie sind und wie viel sie sind was wo scheiße okay zwei mal gestorben am schluss ja das war die zweite folge von minecraft sage ich schon von metal of honor ging jetzt mal ganz gut ab ich habe fast nichts sagen können weil ich so viel action drin war freut mich dass er dabei war lasten daumen hoch da und abonniert den kanal und da freue ich mich wenn das nächste mal wieder dabei seit bei der dritten folge von metal vorne macht's gut ciao euer amaruk